Hallo und herzlich willkommen zu der fantastischen Zauber-Show von Trine 5. Ja, der Epi kann sich mal wieder nicht kontrollieren hier, deswegen gehen wir schon mal ab. Mach ich gar nicht. Nee, kannst du gar nicht ziehen. Warte mal. Aber du könntest doch theoretisch... Aber da ziehen wir das wahrscheinlich... Das schiebt sich runter, oder? Na, durfte ich mir schon. Äh, irgendwo hängt's oben fest. Das ist ja jetzt ganz toll, was du da gemacht hast. Warte, 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 wir haben noch eine neue Fähigkeit. Nein, du bist immer so... Äh, nee, nein! Hast aber jetzt nochmal Glück gehabt, dass ich das auch drücken kann, wenn du da dran bist. Was aber nix bringt, wenn du das Ganze rausreifst. Dankeschön. Hey, ich danke. So war das, glaube ich, nicht gedacht. Doch, ich hab ne Idee. So, und jetzt baust du da noch was hin. Ja, toll, aber so bringt mir das ja nichts. Oh, aua! Stimmt, das waren ja schon zwei Teile. Warte, ich mach das nochmal. Das geht aber nicht, weil wir nicht hochkommen. Doch, wenn du das nicht wieder wegziehst, dann geht das auch. Oh, ist doch Sinn. Ah, hier. Warte. So. Wenn du das Ding jetzt mal losmachst, hier krieg ich das auch hoch. So, warte. Gehe, du gehst da dran. Ja, aber das hat ja nichts gebracht. Du machst ja nur Scheiße da. Und jetzt C. Wieso nimmt er das jetzt nicht an? Hallo. Hä, wieso nimmt er das nicht an? Er macht das kurz rosa? Mach mal C jetzt. Hä? Mach mal verbinden. Ja, tue ich doch die ganze Zeit. Ja, jetzt das Ding. Du bist blind oder was? Jetzt das Ding aber weggerutscht da oben. Das ist ein Stück. Ja, echt? Das Problem ist, ich sehe nichts, wenn du überall rumhampelst. Wer hat dir das mal mitgebracht? Das wollte ich hier hinstellen, sodass ich es auch sehen kann. Nur immer wieder, wenn sich dann bei mir die Perspektive ändert. Ah, jetzt endlich. Du darfst es aber nicht so hin und herhampeln. Du musst dich da einmal dran hochziehen. Du verstehst nicht, dass das nicht funktioniert. Zieh dich einmal dran hoch und spring dann da hoch. Ja, aber ich komme hier nicht hoch. Doch, komme ich. Dann wechsel mal. Oh, warte mal, da ist noch was. Nee, ich muss das erst kaputt machen hier. Mach das mal kaputt. Danke, dass man alles sehen kann, weil du ja immer so fleißig wartest. Ja, los, komm mit dem hoch. Jetzt schiebt der hier noch alles kaputt. Ich muss bloß kaputt gehen. Unten musst du schießen oder klopfen. So. Ist da noch irgendwas? Warte mal, unten ist noch alles. Ach, da ist ein... Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Da komme ich nicht für den Schuss. Kannst du das wahrscheinlich auch nicht einfrieren, rechts. Ja, warte mal, ich kann das einfrieren. Also jetzt hätte man ja locker von da aus dann da drauf springen können, damit man das oben kriegt. Ich dachte eigentlich von oben und nicht von da oben. Ja. Oder von links. Das kannst du nicht so... Das war jetzt scheiße. Ja, die wollte ich auch nicht einfrieren. Warte mal, warte mal. Du kannst den Hebel betätigen da oben. Oh, hä? Ach, da rechts ist auch noch ein Ding. Das muss ich dann aber hochfalten. Kannst du das unten einfrieren? Das ist jetzt eingefroren. Ja, jetzt ist das Ding unten eingefroren. Ja, das war jetzt scheiße. Warum? Weil du dann oben was nicht mehr einfrieren kannst. In dem Fall... Oh, warte mal, da ist noch was. Ist hier noch mehr? Oh, hier ist noch mehr. Eins war da noch? Warum stehe ich hier nicht die ganze Zeit? Aua. Ey, wie viel ist denn da? Ne, da müssen wir aber gleich runter, oder nicht? Ich will aber hier oben das Ding auch haben. Das geht nur, wenn ich das Teil hier eingefroren werde. Ja, aber hier war ein Speicherpunkt gerade. Ich komme nicht mehr hoch. Nein, ich komme nicht mehr hoch. Ja, dann wechsel mal auf jemand anderen. Ja, warte. Aua. Frage ist nur, wie kann ich... Ätzel doch mehr über diese Zauberer. Wie kann ich die Pfeile dann ändern? Hast Leute? Liebt das Observatorium. Dann wäre da Baba. Sie macht Magie aus Teeblättern und Spiegel. Ach so, da oben, alles. Klingt nicht so gefährlich. Und der arme Valerius hat seinen Freund in Stein verwandelt. Der dann zerbröckelt ist. Valerius ist seit diesem Tag krankgeschrieben. Ah, ein lustiger Haufen. Oh nein. Ja, natürlich. Bin ich da... Oh, scheiße. Jetzt kriegen wir es gar nicht in der Truppe. Das war jetzt natürlich richtig schade. Aber es könnte sein, dass man da nochmal hochkommt. Also steigt doch. Ne, glaube ich nicht. Ne, ne, da nicht. Hier oben. Oh, oh. Hä, wie kann man denn hier rum, wenn hier nichts ist? Was ist die für ein Scheiß? Hier bin ich jetzt oben? Oder warst du da unten links in der Ecke schon drin? Hallo? Ich bin hier oben. Ob du unten links in der Ecke schon drin? Was habe ich gefragt? Links war ich schon, aber wir müssen nach rechts weiter. Ich bin hier oben. Ja, du bist jetzt vorbeigesprungen. Was wolltest du denn noch holen hier oben? Ja, ich wollte hier weiter gucken. Ich dachte, du wolltest oben noch was machen. Ne, oben, das ist vorbei. Nein, ich bin doch oben hochgekommen gerade. Ja, dann nicht. Dann nicht. Aber wo ist denn da der Unterschied? Oder musst du das einfach nur einfrieren? Das war jetzt ganz doof. Dann kannst du das Brett nicht mehr einfrieren. Brett? Dann ist es wieder runter, dann kommen wir da nicht durch. Wir kommen erst recht nicht mehr durch. Das bringt uns sowieso nichts, wenn wir da rüberkommen. Ich kann alle drei blocken. Frage ist, können wir durch das Wasser durch? Beziehungsweise kann ich da... Das ist doch noch eine Strömung. Das heißt, ich kann auch nicht so ein Dieb... Ah, warte mal. Du kannst aber... Kann ich da... Kann ich da... Boah, scheiße. Kann ich gar nicht mehr. Ja, kann... Nee, kann ich nicht. Ich komme hier nicht durch. Scheiße. Hä, was jetzt? Du bist schon wieder geflogen. Nein, ich bin nicht geflogen. Verbindung zum Osten verloren. Der EP hat keine Lust, weil mit mir zu spielen die Fliegt nur noch. Ja, im Spiel. Was soll da nicht? Also, ich bin noch drin im Spiel. Ich bin noch im Spiel drin. Das sehe ich. Deswegen bist du auch weg. Ja, weil das Internet wegbar anscheinend. Aber nicht bei mir. Ja, bei mir offenbar nicht. Ich bin immer noch drin. Das fehlt mir nicht. Da immer wieder. Ach ja, mach das damit. Genau. Warte. Jetzt komme ich da nicht... Nein. Alter. So. Jetzt macht das Schwert dahin. Wo? Ja, rechts. An die Wand. Kann ich nicht. Das ist zu weit weg. Da. Geh. Dann mach ich dir erst mal was hin, wo du draufstehen kannst. Ich weiß jetzt nicht. Weiß nicht. Doch, reicht. Und dann verbind die mal mit dem Seil. Ja, ich weiß es. Ja, dir muss man ja mal alles sagen. Ah, die babbeln jetzt. Die kommen ja nicht hoch. Die kommen trotzdem nicht hoch. Doch, aber dann... Boah. So dreht der sich... Achso, der dreht sich nicht nach rechts wegen dem... Ja. Nein. Ja, jetzt komme ich auch nicht mehr durch. Was ist denn jetzt? Wie, du kommst nicht durch. Ich bin aber da durchgekommen. Was hast du jetzt gemacht? Alter, du kannst dich auf null bewegen hier im Wasser. Komm, bring mich einfach um. Das wäre der beste Sau. Ach, das ist ein Eichhörnchen da links. Mit ganz großem Ohr. Das ist halt ein Huschelschwanz. Der ist größer als das Eichhörnchen dreimal. Lass einmal kurz ein bisschen locker. Ja, okay. Frage ist jetzt nur... Achso, kannst du selber machen, ja. Können wir hier oben irgendwas... die Dinger können wir runterziehen, wenn wir da draufstehen. Hä? Was war denn das? Achso, warte mal, doch. Oder? Doch, da komme ich dran. Das kann es mit rechts jetzt verbinden. Warte mal, ich muss erst mal da wieder hochkommen. Ja, es springt drauf, wenn ich hinfülle. Ich bin mal ein bisschen. Wow, was war das gerade? Was war das? Was war das? Das war besser, oder ey? Hier muss was runtergemacht werden, hallo. Ja, dann komm mal mit. Nein, nicht da. Ja, doch. Damit geht das doch runter, oder nicht? Nein. Kommst du da hin, oder muss ich da noch ein zweites Mal machen, dass die... Ah, ja, ja, ja. Ja, jetzt muss aber... Ach, warte, ich muss einflähen. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte ich jetzt... Hä? Ich habe das nach oben geschossen. Du schießt euch nicht durch. Hilfe. Ja, ist doch oben. Achso, das... Die Frage ist nur, wofür? Wir müssen doch eigentlich links hoch, oder nicht? Weil da könnte man ja theoretisch ganz anders hoch. Warte mal. Ah! Oh, wieso du? Was denn? Ja. Was denn? Was denn? Oh, nein! Die Schwerkraft. So geht's auch. Oder wir machen das Gleiche, wie wir eben gemacht haben. Warte mal, das geht auch. Danke. Wieso muss das direkt unter deinen Füßen spawnen? Was ist das für ein Scheiß? So, Moment. Äh. Alter! Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wieso du da überhaupt hängst, wenn du das da hinten vereist hast, aber... Mann, weil das nicht reicht. Da ist ja... Das soll auch nicht vereist bleiben. Ja, wieso? Wir können doch so da hoch. Ja, aber irgendwie ist das doch hier... Es hat doch eine Bewandtnis, dass das... Guck mal, warum... Hä? Wofür ist das? Weiß ich nicht, aber ich wollte nach oben weiter. Jetzt ohne dich weiter. Tschüss. Ich muss nur, anstatt das Ding jetzt wegzuhauen, mal eben wechseln. Wenn ich mich nicht beeilt, haue ich weg! So. Ah, sieht das schön aus. Aber ist hier oben irgendwas? Das ist hier wieder so komisch. Ja, aber warum haben die hier so ein Ding hingemacht? Da oben ist bestimmt... Ja, das verwirrt mich. Ja, ganz oben in der Mitte ist was, aber... Hä? Ja, wenn du hier über diesen Ding, über diesen Pflanzenteilen in der Mitte ist was. Ganz oben. Ja, dann mach auch mal so ein Ding da dran, eben. Großes und kleines. Das... Das tut mir nichts. Das ganz rechts ist eins. Ich kann es dir jetzt auch nicht zeigen, wenn du mich das nicht ändern lässt hier. Da! Der fünf Kilometer war weg. Ja, sag ich doch. So. Jetzt hangel dich da mal rum. Toll, da hat sie das gemacht. Puh! So, hast du da noch eins dran machen? Mach da noch mal eins dran, hier so eine Platte noch. Reicht das dann? Aber geh mal ein bisschen nach links dann, sonst machst du mir das wieder weg. So schräg nach oben, oder? Ja, egal wie, ja, mach mal oben. So, warte, warte. Warte, warte. Jetzt. Nein! Das reicht nicht. Aber ich bin unten! Aber die sind lauter Gegner, Feuer! Ich hab ne erschossen, der ist da oben. Ich hab ne erschossen, der ist da oben. Überbrennen. Oh, das wird alles runter. Ach, wir sind fast da. Ja, aber warte mal. Jetzt ist das alles runtergefallen hier, aber wir haben das Ding immer noch nicht. Also kein Grund zur Sorge. Ach ne, was ist denn jetzt passiert da oben? Du hast das kaputt gemacht. Du hast das kaputt gemacht, mein Seil ist durchgegangen. Äh, was machst du denn da? Das ist mein Seil. 하는 Künstlerisch, I'm Künstlerisch 부분... Huch conference. Lass mich mal da hin. Lass mich mal da hin. Ska jetzt lauer. reicht doch nicht oder das ist zu weit kannst du dann noch so ein ding dran man so einen würfel oben noch was ich habe ja noch nicht weil immer das seil sehr kurz gemacht das geht nicht so das geht nicht hatte mal was würde denn sein wenn ich mit dem mit schwierig soweit das klappt reicht nicht aber weißt du was wir machen können macht das doch mal weg hier wir machen macht das mal macht diese ganze halterung mal weg noch jetzt machen der idiot ist das dein ernst hallo das fällt jetzt runter macht das mal genau an den rand von der flug wieder dran mit der ecke hallo der ecke kommen wir nicht hin was mit der ecke da an die blume dran machen ja das wollte ich ja die ganze zeit wo du stand ja dann mache ich noch weiter noch weiter aber du warst eben keine muss es hoch halten ja nein ja kann es gar nicht mehr bewegen ja das ist cool nein das ist scheiße nein nicht loslassen was denn ich muss es doch sichern mit dem seil wenn du es aber hochgeklappt hast du kann ich jetzt hier wird noch weil du da dran hängst schon wieder das ist so etwa dass man da nichts machen kann ja höre gibt es doch mehr höher höher höhe 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 ja so das so lassen würde nein weil die das nicht aua kommen wir nicht mehr warum geht das nicht mach doch nicht mehr ich weiß es nicht nein es geht nicht ja weil du immer drückst bevor ich los lassen kann ja pass auf dann ich mach es mal anders und ich mach es so rum jetzt mach es noch mal ja toll jetzt geht das gar nicht mehr ab oder was ich kann es nicht mehr abmachen von den die ich fliege das ist dieses scheiß internet das ist ich bei mir ich habe internet ja das sehe ich ja so ihr lieben also jetzt ist es soweit der ep hat überhaupt gar keinen bock mehr der will nicht mehr in mein spiel reinkommen sondern sagt immer der server verweigert sich deswegen versuchen wir jetzt noch mal eins ich muss das ganze noch mal neu starten das heißt ich bin aber gleich nicht mehr hier wenn ich denn hier noch weitermachen kann also ja nur dass ihr wisst warum das jetzt einen unschönen cut geben wird ich muss mal eben neu starten bis gleich ja jetzt gibt es da der ep ist da geschütze geschütze das heißt wir machen den ganzen ist noch mal eben neu ja ich weiß wir haben sehr lang nichts mehr machen können wir machen den ganzen list noch mal eben neu das schneide ich aber mal eben schnell raus und wir sehen uns dann da wo wir eben waren wieder bis gleich noch das ding aber das haben wir nicht gekriegt da sind wir jetzt dann machen wir das eine daran warte mal das mache ich erst mal fest so und jetzt kannst du das andere dran bauen so das hast du sagen rechts oben nicht da dran gehen ich will doch nur gucken dass es steiler machen noch steiler das ist nicht mit dem einen probier erst mal was ich hab's ja mich ja auch also die bloß nicht darunter Brenne. Brenne. Aua. Musst du unbedingt auf meinen Kopf drauf. Hallo. F dich. Gleich fliegst du wieder, weil du zu viel gecheatset hast. Pass auf. Hier ist ein Speicherpunkt. Wollt ihr mich verarschen? Da ist das Wuschel. Da, guck mal, da ist Wuschel. Hast du gerade das gesagt? Nee, du hast Wuschel gesagt, oder? Was ist mit dem Kerl passiert, den der Zaubererkumpel versteinert hat? Sie haben herumgeblieben. Die Versteinerung lässt sich wohl mit einem beherzten Schlag aufhalten, wenn man schnell genug ist. Also hat er seinen Freund in Stücke gehauen? Wie schrecklich. Du weißt schon, dass das nach oben muss da und so weiter, ne? Ja, aber guck mal, da hast du... Mach mal ne Platte hier drauf. Achso, Platte. Ich hab Kette verstanden. Hier drauf, ne Platte. Ja, aber was soll man denn hier machen? Das ist die... Wir müssen die grünen... Ah, ne, die muss von unten dran. Mach die mal von unten und schieb die nach oben. Hä? Ich denke, die muss noch... Achso. Nein, du musst die nach oben geschoben sein. Ja, ja, so. Ja, aber beide, ne, beide auf einmal. Hallo, kann ich vielleicht erst mal hier runtergehen? Nein, kannst du nicht. Jetzt aber. Nee, ein Frägen kann ich nicht. Ah, nee, ja, okay, ich muss das noch halten. Kannst du da irgendwie durchschießen oder sowas? Ja, weil... Also nein, ist noch die Frage, bringt uns das irgendwas immer? Ja, aber irgendwo... Ich überlege grad, wohin? Ja, wir müssen da durchschießen oder... Kannst du die Platte einfrieren? Auch nicht, ne? Da oben, die? Nein, die kann ich nicht... Einfrieren, meinte ich eigentlich. Ja. Achso, warte mal. Mach mal eine hier oben noch drauf. Auf die obere. Ach, da... Ganz, ganz... Boah, ey. Dieses HB-Mensch. Das ist ein bisschen, ne? Jedes Mal, wenn du irgendwas machst... Ja, kann ich nicht, weil ich das Ding mache, würde man... Ja, aber mach die andere erst mal weg. Du hast die da rübergekippt, ja. So, jetzt machst du die da drauf. Schneller. Nein, weil ich... Du weißt, du verstehst nicht, dass ich das nicht machen kann, wenn du immer da rumhängst, ne? So, so, jetzt... So. Ah, nee, äh, von unten. Von unten. Nein. Nein, jetzt rutscht doch nicht da ab, Mann. Ich dachte, du wolltest die beiden irgendwie verbinden, oder so. Und du kannst keine zwei Seile machen, ne? Du kannst nur eins machen, oder? Achso, warte mal. Nein, was machst du? Hallo? Was machst du? Mann, ich wollte es verbinden. Du hast gesagt, ich soll es verbinden... Ja, nicht indem du dich da drauf stellst, dann ist es ja weg. Ja, jetzt mach das doch mal. Nein, das geht nicht. Ja, doch, wenn du kürzer bist, schon. Geh mal nach oben. Echt? Nach oben. Noch kürzer? Kürzer geht nicht. Hast du es anvisiert? Wie, ja? Drück nur. Nee, das geht nicht. Oder häng dich... Nee, wenn du dich links dran hängst, geht das aber auch nicht. Ach, warte mal. Warte mal, lass mich mal gucken. Ich weiß ja gar nicht, was hier überhaupt ist. Ähm... Das können wir... Können wir nicht hier festmachen, okay? Der E.P. muss sich alles vorsagen lassen. Nein. Aber warum ist da hinten so eine scheiß Klappe dann nochmal so? Was für eine Klappe? Meinst du das, was oben rum baumelt oder was? Ach so, ich hatte eine Idee. Geh mal da weg mit der, wo du draufstehst. Nimm die mal weg. Ja, hat die Idee. Nimm die mal weg. Ja, was denn? Die Platte oder was? Ja. Ja. So, da stehen wir jetzt da drunter. Das geht nicht. Das bringt mir ja viel. Ja, ich hätte gedacht, dass wir hier noch eine, aber das reicht nicht. Ja, das müsstest du ja dann bis hier. Ach doch, das würde gehen mit der Platte hoch. Oben könntest du es einklemmen. Ja, du kannst da reinschießen, aber bringt dir das was, wenn du da reinschießt? Das ist jetzt die große Frage, weil ich sehe rechts jetzt nichts, wenn ich hier stehe. Ja, das muss aber irgendwas, ich kann es halt nicht sehen. Ach ja, ich sehe es jetzt. Da ist ein Seil. Doch, ich sehe, was du machen musst. Also muss ich das obere Ding erstmal wegmachen, damit du da durchschießen kannst. Was heißt denn, ja? Ach so, das meint, nee, das kannst du doch nicht wegmachen. Das kannst du doch nicht wegschießen da oben. Kannst du mal das obere wieder runter machen, das brauchen wir nicht. Ja, ich dachte, du willst das versuchen wegzuschießen. Ja, aber es geht so nicht. Wir haben eine andere Taktik, müssen wir anbinden. Ich tue das vielleicht doch nicht erstmal weg. Nimm mal die obere Platte. Und dann? So, jetzt halt mal bitte das Ding nochmal hoch, dass es offen ist. Ach, Gott. Alter, mach das doch einmal richtig rum, wenn ich hier drehe. So, nein, nein, nein. Das Problem ist, es wackelt zu sehr. Ich kann das nicht ablenken so. Ja, und ich kann es nicht da drauflegen, wenn ich das hoch halte in dem Moment. Ja, aber wie wollen wir das sonst? Warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal. Können wir nicht eventuell... Ne, das ist zu hoch. Aber da dran. Ne, ne, mach es mal ab und mach es mal unten an der Seite dran, dass es auf dem Boden steht. Die Platte. Trennt es mal? An der Seite von dem Block, meinst du jetzt? Von dem Block, ja, ja. Dann könnte es gehen. Nicht umkippen. Nicht umkippen. Nicht umkippen. Ja. Du musst aber trotzdem aus dem Weg gehen. Achso, scheiße, du musst das ja erstmal um. Aber das ist dann so schräg. Nein, nein, gerade. Jetzt mach es gerade. Gerade, gerade. Nach oben jetzt oder was? Ja, runter. Ja. Da dran. Ja, festmachen. Ich abhau nie. Und dann? Das Problem ist, du kommst jetzt nicht... Ja, ich kann das jetzt nicht gleichzeitig... Doch, doch. Nein, kannst du das ganze Ding mal hier rüberschieben und... Aber... Ich kipp's mal rum, ja. Weg da, weg da, weg da. Ja. Ja, aber ich brauch's ja komplett hier drüben. Ja, wieso da drüben? Jetzt stell's mal senkrecht hin wieder. Hä? Stell's bitte, stell's bitte mal senkrecht hin. Ja, ja, so lass es, so lass es. Jetzt hol die andere Platte. Hol noch eine Platte. Jetzt fährst du das hoch. Ja, doch, es kommt so hoch, ne? Weil das war eigentlich mein Plan, aber... Nein, es kippt oben. Da das Ganze doch ziemlich frimmelig war für uns beide, werde ich den Rest mal ein bisschen zusammen cutten, damit die Folge auch nicht so lange wird. Das meinte ich. Ja, du kannst es gar nicht schieben, es lässt sich nicht schieben. So. Stopp, stopp, stopp. So, jetzt mach mal fest. Das ist wieder runtergegangen, oder? Nee, doch nicht. Ja, ich hab's runtergemacht, damit's ran ist. Sag mal, das genauso wie eben auch, ich weiß nur nicht, was wir jetzt machen können. Mann, ich... Jetzt kannst du diese Scheißbrett da oben so platzieren, dass ich schießen kann. Kannst du das mal bitte... Ja, das hätt's ja vorher auch gekonnt. Nein! Nee, 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 du musst es umdrehen. Nein, so geht das nicht in die Richtung. Ja, das ist falsch. Oh, jetzt wackelt es, da halt's doch mal fest, du soll nicht wackeln. Alles bricht in sich zusammen. Nein, ich will ja nicht fest... Hallo. Da unten drunter ist was. Da musst du mal so ein... Ja, weil du das kippen sollst. Reicht das, oder muss ich einen Klotz machen? Einen Klotz weg. Ich meine nämlich auch, es geht sonst da durch, ne? Das Problem ist, du hängst da. Danke. Ich halte das Ding da mal fest, ja? Ja, nix zu machen. Oh, wie lang... Ey, wie schnell... Achso, weil die da drauf schießen. Ah, warte mal. Dann... Sorgen wir doch dafür, dass das nicht mehr passiert. So. Können wir das Ding auch wieder runter machen? Das würde ich nicht machen. Wobei, ich hätte da auch so ein langes hin machen können. Oder kannst du da so schon vorspringen? Ah, scheiße. Da unten sind die Dinger, hast du sie gesehen? Ich wollte dir gerade vorschlagen, dass ich ein Brett davor mache. Aber so geht's auch. Hallo? Kann ich das vielleicht mal da hinstellen? Ja. Ja, das ist scheiße. Stopp. Du kannst den unteren theoretisch wegmachen. Wir müssen doch nach oben. Mach mal bitte nil. Dann führ den unteren ein. Mach doch mal ein langes Brett nach oben. Was ist denn jetzt da, wo du bist? Du musst aber ein bisschen lauter reden, weil ich höre hier nichts durch. Das geballert die ganze Zeit. Wir müssen nach oben. Mach doch mal ein langes Brett da dran. Das war nicht die Frage. Was ist da unten, wo du bist? Da ist nichts mehr. Da ist nicht ein Holz. Kannst du da irgendwas machen? Nein. Du kannst aber von da, wo du bist... Also kannst du doch noch was machen. Ja, wenn mal ein Stück hier rüberkommen würde, dann würde ich auch was sehen. Ja, das kann ich gerade nicht. Das haben wir schon gerade. Ja, doch. Wenn du da oben drauf bist. Das kann ich eben nicht, wenn ich nicht die Sachen vorbereite. Danke. So. Wie gesagt. Jetzt schießt er. Hier sind Kisten. Die kannst du hier daneben. Hier unten. Hier sind zwei Kisten. Nein. Nein. So. Ja, die müsste ich dann wahrscheinlich da drauf stellen und die dann verbinden mit dem langen, denke ich. Das kann ich jetzt nicht so gut machen. Äh, das kann ich jetzt nicht drücken machen. Genau. Ich auch. Achso, die sind schon verbunden. Oh, wie kommt... Ja, doch. Wir können uns ja gleich da hochpannen. Was war das denn? Ist das eigentlich auch da unten? Nein. Ja, geht auch. So schön. Reicht das zum Springen rechts? Hm. So, knapp. Ich glaube, wir hätten da auch einfach rechts noch was machen können. Oh, ich sehe... Hallo, ich sehe uns. Weißt du, so wie bei den anderen Malen. Ui. Okay. Ah. Ah, nein. Nein. Wir sind zu spät. Die Schurken sind schon da. Vielleicht haben sie auch den letzten Zauberer erwischt. Nein. Wir sind zu weit gekommen. Wir geben jetzt nicht auf. Ja. Geh mal so hoch. Hä? Ja, aber das ist was zum Drehen. Ich komm nicht oben drauf. Ich komm da nicht so hoch. Ach, jetzt kannst du nicht mehr nach oben, oder wie? Oh, nein. Nein. Oh, Mann, ey. Das ist so kacke gemacht, ey. Warum springt die denn ab davon? Und dann springt sie drüber. Stopp, 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 stopp. Äh. Kannst du das... Ja, aber du brauchst noch mal drüber. Ja, okay. Ich muss noch mal drüber. Das Problem ist nur... Ach so, oh, jetzt hat er die weggenommen. Scheiße. Das Problem ist nur, da müsste ja erst einer nach oben... Aber wenn ich die zweite Kugel draufmacht, komme ich ja... Ach nee, kannst du dich hochhangeln? Da ist doch so ein Dicken dran, oder? Nein. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass ich nicht hinkomme. Vielleicht komme ich auf die andere Kugel drauf. Das kann sein. Oder so. Jetzt kannst du die Kugel hinmachen. Ja, das Problem ist nur... Auch jetzt ändert der das wieder nicht, würdest du mich... Ich kann es wieder nicht ändern. Darf ich den mal am Kotz? Keine Chance. Ist schon wieder vorbei. Da habe ich jeden mal den Zauberer am Kotz. Aber dann nimmst du deine Kugel wahrscheinlich weg. Meinst du immer. Es sei denn, der Bug ist bei dir nicht drin und du kannst die Form verändern. Das wäre natürlich gut. Das ist doch scheiße, sowas. Problem ist... Wie komme ich da jetzt hoch? Ja, jetzt kannst du dich auf die andere Seite schwingen vielleicht. Naja, aber da komme ich ja nicht... Achso, warte mal. Vielleicht kann ich das mal so gehen. Ich komme ja nicht dahin, wenn du da bist. Das ist immer das Problem gewesen. Kriege ich aber keinen Schwung. Hier war nichts, was wir... Warte mal, ich habe eine andere Idee. Nee, nee. Ich habe eine andere Idee. Warte mal. Ja. Wechsel mal auf den... Nee, wechsel mal auf ihn und mach... Nee, nee, mach mal da das Schwert in die Wand. Wo? Bei dir. Kannst du nicht anvisieren. Doch. Du musst trotzdem auf die andere Seite. Das Problem ist nur, ich komme nicht auf... Andere... Ich habe schon wieder eine Bombe gelegt. Häftig doch. Nee, ne. Aber es geht nicht. Ja, ein bisschen nach links, logischerweise. Ja, ne? Ja, aber es geht... Hä? Nee, hier ist Ende. Mach mal ganz nach links. Ja, aber da war es ja gerade. Nee, ganz nach rechts. Ah, wie lange musst du da kurbeln? Geh wieder schnell. Komm, komm, komm. Oh, oh. Die Helden hatten gehofft, dem Astral-Observatorium Hilfe zu finden, um es den Uhrwerk Schurken heimzahlen zu können. Aber die mechanischen Ritter hatten die letzten noch freien Zauberer des Reichs bereits aufgespürt. Voller Angst, sie könnten zu spät kommen, stürmten die Helden des Trine zur Sternwarte hinauf und zu ihren Feinden. Ja, jetzt heißt es Klettern, so war die Errungenschaft, die wir gerade bekommen haben. Für uns heißt es jetzt allerdings, jetzt kommt erst mal ein kleiner Katz. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.